hallo meine lieben freunde wir sind zurück bei minecraft hardcore kam jetzt längere zeit nicht kam nicht dazu überhaupt irgendwas zu spielen tut mir sehr leid aber schaut in diese schönen blauen augen und dann verzeiht mir bitte danke dann lassen sie mal ein bisschen weiterspielen so hähnchen läuft also spitzhöcke haben wir mit reisen haben wir genug obsidian haben wir noch bücher haben wir auch fast genug also läuft das brauchen wir nur noch diamanten hatten wenig diamanten gefunden wenig dumm anscheinend nicht wir haben ja nur die küste gut draußen ist dunkel spitzhöcken haben wir erstmal genug dann schauen wir mal weiter dass wir auf jeden fall diamanten finden das ist ja jetzt existenziell wichtig dass wir auf jeden fall so hat mir das denn nicht abgebaut hier das ist jetzt mal ich bin verwirrt aber egal es kommt davon wenn man mehr als eine woche nicht spielt gold nehmen auf jeden fall mit sehr gut dann schauen wir mal hier dass wir weiter graben können das tut man ist das geilste der welt es macht so viel spaß so was gibt es sonst neues eigentlich hier diamanten da braucht man jetzt ja nicht lange suchen eigentlich brauchen wir nur zwei für den zaubertisch weil wir nichts verschwenden hier jetzt können wir uns im zaubertisch machen das geht schnell wer hätte das gedacht dass wir so schnell das finden jetzt machen wir schnell einen zaubertisch werden dann schnell ich werde mal ein bisschen entsorgen hier mal ein bisschen platz so was brauchen wir brauchen auf jeden fall ein buch vier obsidian diamanten buch obsidian reicht so dann obsidian zaubertisch ding 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 so du bist fertig nächstes fleisch so jetzt brauchen wir nur platz für einen zaubertisch wollen wir uns mal ein bisschen hier rein und dann werden wir hier unseren zaubertisch errichten wie groß muss es sein fünf mal fünf 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ich höre was nach oben ok ich mache mir mal so für sorgen so haben wir schon mal ausgeleuchtet 1 2 3 4 wir müssen schön es muss nur funktionieren so haben wir hier einen zauberraum jetzt fehlt uns nur zuckerrohr name zuckerrohr irgendwie nicht wir können es ja mal probieren auch wenn ich glaube dass irgendwas tolles bei rauskommt effizienz effizienz ein level kommen aber das fleisch schon fertig dann müssen wir jetzt gucken dass es hell wird und dass wir dann zuckerrohr finden wieso soll ich warten bis hell wird ich bin doch auch wieder dämlich heute schlafen gehen jetzt warten wir bis die da verbrannt sind und dann schauen wir mal nach dem zuckerrohr so fleisch ist auch gleich fertig dann kann das gold gemacht werden darauf warte ich noch nicht dass wir die zeit verschwenden dass wir nach ewig warten müssen bis das gold fertig ist noch ein bisschen müde sonntagmorgen und weg damit hier regt mich ein bisschen auf ja noch ein pfeil vergessen was du musst sterben so dann holen wir mal ein bisschen zuckerrohr das war schon mal mehr haben wir nicht da müssen wir gleich noch ein bisschen was anpflanzen hier hinten ok mehr brauchen wir glaube ich nicht anpflanzen sollte reichen erstmal für ein paar bücher so sind wir noch mal nett pflanzen nach auch wenn wir es nicht mehr brauchen perfekt haben wir holz wir haben kein holz wir brauchen ein bisschen holz für die bücherregale und vielleicht kriegen wir noch ein paar äpfel raus obwohl eigentlich haben wir genug äpfel fünf stücke sollten eigentlich reichen für uns alleine dann brauchen wir unbedingt eine glücksspitze unbedingt sonst funktioniert das hier definitiv nicht so machen wir aber noch komplett alle dankeschön für die blumen dankeschön wie lieb von dir hier so dann haben wir auf jeden fall alles was wir brauchen erstmal wir nehmen also die bücher wir brauchen gar nicht so viel zuckerrohr wir brauchen gar nicht so viel zuckerrohr wir haben ja schon die bücher ich bin doch absolut dämlich hier brauchen wir eher das holz davon werden wir nicht genug haben und die bücher so dann machen wir noch ein bisschen papier hier brauchen wir eh nichts anderes hier genau andersrum aber wir haben nicht genug holz so dann stellen wir erstmal ein paar regale auf scheiße das eine war glaube ich nicht so perfekt und dann schauen wir mal was wir jetzt daraus bekommen können glück 3 perfekt machen wir uns noch eine eisenspitzhacke und dann haben wir eine glücksdreispitzhacke sensationell und wir haben nicht genug holz jetzt fehlt uns holz für eine spitzhacke so ich nehme gleich ein bisschen mehr mit dran denken eine axt zu machen wenn wir wieder unten sind und dann haben wir eine glücksspitzhacke so schnell ging das und dann können wir die diamanten abbauen und dann haben wir ausreichend so erstmal holz machen dann stickies jetzt warum oh nein wieso mache ich denn nur zwei christian sei nicht so dienlich dann machen wir gleich zwei zack sammeln das eisen auf bitte ach du eimlicher vogel so und dann feiern wir damit wir brauchen level 26 ich idiot ok gut dann würde ich sagen machen wir damit weiter beim nächsten mal vielen dank für aufmerksamkeit und bis zum dann bis zum dann ich idiot ciao